Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Primavera dran. 30 mm Kaliber, 13 Schuss mit 260 Gramm NEM. Hat eine zweite Zündschnur und auch oben. Und preislich kostet diese Batterie zwischen 15 und 18 Euro. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich raus zur Zündung. Jetzt zum Test die Primavera, wie gesagt die 13 Schusser von Argento. Die hat mir gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020